Mein Name ist Dogon Kada, ich bin 17 Jahre alt und bin angehender Kaufmann. Als Industriestadt ist Windje ein Schauplatz der Arbeiterbewegung. Die SP ist aus dieser Arbeiterbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts geboren und seitdem setzt sie sich für die Anliegen der Sozialschwächeren ein. Die SP hat einen grossen Anteil daran, dass Windje Kulturstadt geworden ist. Natur und Technik, aber auch Kunst und Geschichte sind in Winterthur lebendig. Den Kulturinteressierten bietet die Stadt viel. Zum Beispiel ein Besuch von Museen, Konzerten oder Theatern. Windje ist auch ein Standort von einzigartigen Institutionen. Zum Beispiel das Fotomuseum oder das Technorama, das einzige Science-Center der Schweiz. Zu allerletzt findet in Windje eine Jugendkultur statt. Viele Zentren, Clubs, Jugendtreffen und Vereine, insbesondere Sportvereine, sind aktiv und bereichert mit ihrem Angebot das Stadtleben. SP ist Windje Kultur. Windje Kultur ist Kult. Darum wählt SP am 7. März. Die Spiegel ist Kult. Untertitelung des ZDF, 2020